Ein weiteres Beispiel von der häufigsten Behandlung, die wir hier durchführen, vor allem bei Frauen, das sind die Reiterhosen, aber auch die Banana Rolls, also das heißt die Region unter dem Po, die den Po etwas flacher ausschauen lässt und die Apfelform nicht richtig wiedergeben kann. In dem Fall werden wir diese Behandlung auch durchführen, diesmal ohne OP, das heißt es wird hier mit CoolSculpting durchgeführt, ein nicht operatives Verfahren, welches zur Fettreduktion gut geeignet sein kann und in dem Fall freut sich die Patientin auf das Ergebnis.